Ich überlege, Sie als Sekretärin anzustellen in einer Dauerstellung. Welche Aufgaben hättest du für sie vorgesehen? Sie könnte meine Briefe schreiben, meine Termine organisieren. Ah, Miss Fox Seaton. Wie schön, Sie wiederzusehen. Es ist deine Pflicht, wieder zu heiraten und einen Erben zu haben. Ich habe vor, eine Sekretärin einzustellen. Also werde ich Sie nicht mehr benötigen. Ich begleite Sie, wenn ich darf. Miss Fox Seaton. Oh, Lord Walderhurst. Wie Sie wissen, muss ich heiraten, um der Familie willen. Sie finden eine Frau, Lord Walderhurst. Wollen Sie mich heiraten? Es wäre nicht richtig. Wieso nicht? So, die neue Herrin von Paulstree. Ich gratuliere. Ich werde dieses Haus nicht verlassen. Es gehört mir. Es herrscht eine Hungersnot in Indien. Das Regiment braucht dringend dranghohe Männer. Eine wundervolle Ergänzung für die Familie. Auf uns. Auf uns. Auf uns. Auf uns. Auf uns. Untertitelung des ZDF, 2020